Hallo, mein Name ist AresForceBeats und ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Video aus meiner neuen Reihe HowToMakeARemix-Wie erstelle ich einen Remix selber am PC? Das vorherige Video diente lediglich euren Fragen und Anregungen. Da wir jetzt schon ein bisschen gesammelt haben, können wir auch direkt loslegen. Mit einer der Hauptfragen, die ich auch selber sehr interessant finde und auf jeden Fall auch sehr wichtig für einen Remix, war folgende. Wie kann ich einen Loop schneller machen, ohne dabei die Tonlage zu verändern? Wir wissen, wenn wir einen Loop haben, völlig egal ob es jetzt eine Melodie ist, zum Beispiel eine Klaviermelodie oder ein Drumloop, dann haben wir manchmal das Problem, dass wenn wir schneller machen, es gleichzeitig auch von der Tonlage her höher wird. Wie man das vermeiden kann, dazu jetzt. Wir nutzen selbstverständlich lediglich wieder die Dateien, die ihr auch alle in der Demo-Version zur Verfügung habt. Dazu gehen wir einfach mal auf Packs und wie man vom Namen schon fast erraten könnte, in den Ordner Loops und dort wähle ich mir jetzt einfach mal die Alt-Drum-Loops aus. So hören die sich einmal im Original an. So, die öffnen wir jetzt einfach. Jetzt haben wir hier einen neuen Zempler mit diesem Drumloop. Wir gehen mal in die Piano-Roll. So und jetzt passt auf, jetzt könnte sich nämlich schon der erste Fehler bzw. das erste Problem einschleichen. Ich klicke jetzt mal auf C5, unseren quasi Standard-Grundton, welcher das Loop eigentlich so wiedergeben sollte, wie jetzt hier im Original quasi. Jetzt klicke ich aber mal auf C5. Und wir merken, da ist es von der Geschwindigkeit doch schon gar nicht mehr gleich. Wir hören mal rein. So, jetzt ist es auch egal, ob ich zum Beispiel hier oben auf C6 klicke. Oder unten auf C4. Woran das liegt, kein Problem. Ihr geht einfach auf euren Zempler drauf, bleibt im SMP. Hier bei Time Stretching drückt ihr die Time bzw. regelt die Time hier an diesem Regulator. Seht ihr hier oben immer eingeblendet die Werte. Guckt nochmal oben links jetzt hin. Die regelt ihr einfach runter auf 0. Dann habt ihr auch kein Problem mehr damit und alles wird so abgespielt, wie ihr drückt. Also C5, jetzt der Originalton. Zum Vergleich. So, drücke ich jetzt mal an eine untere Taste, wird der Sound langsamer. Und wir bemerken von der Tonlage her auch etwas tiefer. Das gleiche auch umgekehrt. So, eure Frage war jetzt, wie kann ich den Loop denn schneller machen? Gilt übrigens jetzt auch für langsamer. Dabei jedoch die Tonlage beibehalten. Gar nicht so schwierig. Ihr wolltet zum Beispiel diese Geschwindigkeit haben. Und wir merken, ist ja vom Ton schon völlig anders als das Original. So, dazu macht ihr folgendes. Wir gehen wieder hier in SMP rein bei Time Stretching und jetzt habt ihr hier einen Pitch-Regler. Wichtig ist, dass ihr diesen Pitch-Regler verbindet, denn hier ändert sich wirklich nur der Ton und nicht die Geschwindigkeit. So, aber woher wissen wir denn jetzt, wie wir den regeln müssen? Auch nicht schwierig. Wir gehen wieder von unserem Grundton aus und zählen jetzt mal ab, wie viele Tasten inklusive der schwarze wir denn bis hierhin benötigen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. So, und da wissen wir jetzt, dass wir um 500 Cent, den Wertseetipp gleich wieder hier oben links eingeblendet, nach links, also nach unten regulieren müssen. Ich mach das jetzt gerade mal. Ihr seht 100, 200, 300, 400, 500. So, und wenn ich jetzt hier drauf klicke, sollte der Ton eigentlich, also der Loop wird verschnellert sein und der Ton sollte den im Original widerspiegeln. Ihr merkt, jetzt ist euer Loop schneller geworden, aber dennoch ist die gleiche Tonlage beibehalten. Das gleiche geht natürlich auch, wie gerade gesagt, für langsamer machen. Dazu jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel. Machen wir jetzt einfach mal plus 200 Cent. Das heißt, wir können jetzt hier zwei Tasten runtergehen. 1, 2, das wäre dann diese schwarze hier. So, und wir hören, auch dies hat funktioniert. Soviel zum Loops verschnellern bzw. verlangsamen, aber die Tonlage beibehalten. Sollten diesbezüglich jetzt noch Fragen oder Probleme aufkommen, wie gewohnt könnt ihr mich diesbezüglich sehr gerne anschreiben. Wünsche euch mal viel Spaß mit dem eventuell neu Gelernten. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ich kann schon mal verraten, worum es da gehen wird. Jetzt haben wir hier gerade Loops kennen. Jetzt haben wir gerade kennengelernt, wie man Loops verschnellert bzw. verlangsert, aber die Tonlage beibehält. Wo wir doch schon gerade beim Geschwindigkeitverändern sind, würde ich mal sagen, knüpfen wir nächstes Mal da an, wozu auch viele Fragen gestellt wurden, und zwar bei der BPM, den Beats Per Minute. Zum einen, wie wir die BPM richtig anpassen und zum anderen, was natürlich ebenfalls sehr wichtig und eine Grundvoraussetzung ist, wie wir die BPM überhaupt herausfinden. Diese und weitere Fragen gibt es dann in den nächsten Teilen. Also euch ein schönes Wochenende und genießt das Wetter. Ciao. Ciao.